Hallo und Herzlich Willkommen zu HOTSTONE! Ich habe mir gedacht ich werde mal ein Dachspiel jetzt spielen. Da sind unsere 3 Crests. Wenn es Paladin 3 Spiele gewinnt. 20 Diner Kill und Palinon. Na dann nehmen wir ein Paladin. Das macht sich doch gut an. So, dann werde ich jetzt erstmal auf meine Sammlung gehen. Weil ich muss ja ein neues Deck erstellen. Ich habe jetzt sicher auch einen neuen Paladin. Mit dem habe ich noch nicht gespielt. Ich denke mal, den nehmen wir auch mal. Ihr könnt mit einer Formel ein Deck erstellen. Oder ein ganz eigenes zusammenstellen. Das Morlock Deck, das habe ich noch nicht ganz komplett. Fehlt noch ein paar Karten. Ich habe doch viel mehr. Egal. Ich mache eigenes Deck. So, beim eigenen Deck mache ich das immer so. Erstmal nehme ich hier meine ganzen Drachen Karten. Also meine Epic Karten. Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Ich habe das auch schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich weiß nur, mit dem Paladin hatte ich zwölf Epic Karten. Oder eine legendäre Karte. Wie auch immer. Da. Das waren alle. Und jetzt nicht. Ich sag mal, acht Paladin Karten dazu. Welche werden sie brauchen? Dann liebst du nämlich mal Spottkarten. Vielleicht ein Befreundeter. Ein Gottesschön. Das ist doch super. Geheimnis. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ähm. Falls wir direkt mal angreifen müssen. Dann machen wir das mit. Ja. Das ist auch gut. Ähm. Dann kommt das auf 1. Dann nehmen wir nochmal den Verzauber mit. Was nehmen wir nochmal mit? Das nehmen wir nochmal mit? Da stellts nichts Leben wieder her. Ne, das freu ich nicht. Ich habe noch 3 Schalen und zieht eine Karte. Die ist super, die nehme ich auch mit verdoppelt an den Angriff eines Dieners. Ich habe mehr Zauber als alles andere, das ist auch nicht gut. Egal, schauen wir mal. So, dann gehen wir auf Spiele, nehmen einen Paladin und spielen mal eine Runde. Da bin ich mal gespannt, ob der Paladin, den ich jetzt habe, anders ist oder nur von aus dem her. Ich denke mal nur von aus dem her. Wäre ja sonst um Terror, obwohl es nicht durch die Erde ist. Ich weiß es nicht, werden wir mal sehen. Das Licht wird den Sieg geilen. Mein Hammer brennt mit Heiligem Feuer. Hm. Den brauche ich erstmal nicht. Da ist meine erste Karte drauf, meine erste Drachenkarte. Und gibt auf. Hatte Angst. Ich bin wieder Drunk. Ich versetzte den Angriff eines Dieners auf eins. Und der hat den Angriff auf zwei verdoppelt den Angriff. Den kann ich doch gar nicht nehmen. Ich versetzte den Angriff. Dann machen wir es einfach so. Nicht mit mir. Dafür bin ich zuständig. Mehr, mehr Seelen. Das hätte nichts gebracht. Das hätte nichts gebracht. Ich versetzte den Angriff. Um die Städte, die von den Angriff. Das ist das, was ich nicht gesessen. Das wäre das, was ich nicht gesessen. Das wäre das, was ich nicht gesessen. Das wäre das, was ich nicht. Wir sollten wieder auf einmal wissen, wie ein Zurück. Wenn das plupartần dann nur noch nicht. Aber... Der wird es leicht. dann holen wir die einmal raus Nein. Die Helden sind zum Dienst. Brennt. Dafür bin ich zu schuld. Schö, Schö. 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 So, gleich benutze ich die Karte. Dann benutze ich die Karte. Also die. Wollen wir noch eine bessere 2er Karte machen. Bombsaubernetz. Melde mich zum Dienst. Dafür bin ich zuständig. Undenk. Brennt. Das war's. Und wenn's gleich passt. Dann benutze ich die. Mit denen habe ich 12 Angriff. Und. Ich mach mal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich mach mal. Aber das war's. Das war's. Das war's. in den Kampf in den Kampf so ich setze erst mal in den Kopf dann benutze ich gleich die Karte oh ich nehme die wer weiß was für Geheimnisse wir lüften ich trage die Kraft der Peck schwingen in dir oh zurück das wird ja jetzt glaube ich noch mal spannend das wird ja das wird ja das wird ja Habt Vertrauen in das Licht. Paladin, hat euch das Licht etwa verlassen? Ich träume und die Welt erzittert. Stell mich nicht auf die Probe, Kind. Ich träume und die Welt erzittert. Stell mich nicht auf die Probe, Kind. Ich träume und die Welt erzittert. Wenn ich einmal angreife, dann ist er kaputtig. Außer wenn er sich irgendwie hoch heilt. Wenn ich einmal angreife, dann ist er kaputtig. Er kann mir 10 Schaden zufügen. Das wird allerdings nicht reichen. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ich werde euch ewig bespielen. Stopp. Ich hab Wannen. Schicks. Oh, das war eine Hunde. So. Herzdaumen. Ich hab nur 3 Gegner von ihnen zerstört. Mist. Na egal. Äh. Ich würde mich freuen, weil ihr morgen nicht so leid seid. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ach, warte mal, bevor ich das sage. Ich habe jetzt eine 39 Stunden Woche. Ich werde jetzt nur ein Video am Tag ausbringen. Also jetzt wird es die Woche immer herz dumm sein. Mal schauen, was nächste Woche dann kommt. Weil das würde ich sonst zeitlich nie schaffen. Gut. Dann war das für heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. Bis dahin würde ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschö tschö.